So Leute, wir sind wieder da. Ich mach doch noch ne Runde Toss weiter, damit dann hab ich ein paar Parts mehr. Und wir haben einen neuen... ...Lock? Wie hab ich immer gesagt? Neue Szene? Wie auch immer. Mana-Kanone. Ups, falsche Taste. Ja, okay, weiter geht's. Wo wollen wir hin? Miso! Ah, okay. Miso! Ach so, drücken. Drücken! Wer geht da? Wir! Orochi, es ist schon lange. Prisea? Wer hast du mit dir? Shina fragte mich, sie zu Mizuho bringen. Ja, ihr habt euch mit der Chief. Sie ist okay? Herr, du hast dich? Ich bin, du hast dich gesehen. Aber wir sollten das anzulernen, in der Erste Ego Gure. Wir haben andere Besucher, die ich hören. Wir haben andere Besucher, die uns hören können. Besucher? Ja, Rain und Genus sind hier. Ja, Rain und Genus sind hier. Ja, die Hügelin sind hier. Da sind sie ja schon. Oh, Mann mit Feder am Hals. Ist ja eklig. Und jetzt kommt die Erklärung wieder. Ja. Das ist das, was passiert. Ja. 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 Ich bin von mir. Ich... Emil, du hier bleibst und schützt Marta. Warum? Wenn der Rattataske sicher ist, das Schöne-Kalse nicht passieren wird, also müssen wir es so machen. Wir können keinen Verlangen. Wir machen die notwendigen Bereitungen sofort. Okay, gehen wir und bereit sind. Oh, oh, gleich alle raus aus der Gruppe. Warum hab ich mein Team grad umgestellt? Puh, na egal. Die rennen jetzt wieder irgendwo in der Stadt rum hier, wa? Das ist so ein komischer Brunnen. Aber hier war was zum Einkaufen. Ja, nein, nicht der Hund. So. Ah, Milchgummi, Zitronengummi haben wir genug. Dritter Schwert. Warte doch. Das weiß ich jetzt grad nicht, ob sie das stärker machen würde. Dickes Bandana. Nehmen wir mal das. Okay. So. Was hast du denn für mich? Kochen. Ah. Ah, da sind Herzen. Ja. Da steht's drauf, wa? Da steht's drauf, wa? Wird eine maximale Wachstumsgrenze erreicht. Wenn er sich hier nicht weiterentwickelt, wird eine Evolution zu seinem Wachstum angehalten. Und er wird zu Fenrir. Ach, Mann, ey. Warum wird alles zu... Äh. Alles wird zu dem Vieh, ey. Ehrlich. Ist ja ätzend. Und wir haben wieder was Kleines. Die stehen alle auf dem Kram, wa? Auf das Sashimi. Ja, ja, ich weiß. Ah. Automaton? Geht nicht. Dann nehmen wir den. Na, ich hab das noch nicht so ganz groß. Eins davon war doch... Ach, Nock. Ach, Nock ist auf dem Maximum. Deswegen kann er nicht... Alles klar. Ne, dann fütter ich den anderen auch. Ich hab immer, wie gesagt, immer noch nicht so ganz kapiert... Wieso das nicht funktioniert. Ja, du wirst jetzt wieder zu nem Wolf. Das ist mir klar. Es gibt ja noch so andere viele Formen von dem, also... Ach, Mensch, egal. Wo musste ich jetzt hin? Ach, da hinten ist er... Du willst versuchen zu sprechen mit deinem Vater? Papi nicht hören, was ich muss sagen. Du hast ihn gehört. Er einfach nicht hören. Dann warum hast du mit den Problemen von der Vanguard? Was? Du hast gesagt, dass du niemals verabschiedst. Du bist ein Mitglied des Vanguards selbst. Du bist ein Mitglied des Vanguards selbst. Und trotzdem lässt du andere machen das wichtigste Arbeit für dich. Du bist okay damit? Du bist mit dem? Dann sagst du, dass ich mich mit meinem eigenen Vater kämpfli? Nein. Ich sage, dass du versuchen, mit ihm zu sprechen. Nur weil es nicht funktioniert die ersten paar Mal, das bedeutet, dass es überhaupt keine Hoffnung gibt. Root ist dein Vater. Wenn jemand anderes ihn verabschiedt, dann ist das alles. Das ist der Ende. Du bist wirklich okay damit? Er ist immer dein Vater. Der Wagen ist die Magie, die die Tränen in die Realität verabschieden. Der Wagen ist das, was mir helfen, dass ich reale Freunde machen. Das ist das, dass ich meine Wagen zu dir geben. Ich gebe dir meine Wagen zu dir. Wir gehen zu Altamira. Regal ist da und Sheena auch. Sie haben beide uns geholfen, wenn wir sie brauchen. Und du musst mit deinem Vater sprechen. Emil! Der Vanguard ist attack. Ach ja. Na. Level 1 verlassen ich mal. So. Da sind ja die anderen. Das ging schnell. Na nun. Wird geladen, ja. Wird geladen, ja. Das ist ja auch sehr, sehr. mach doch mal hinne hochkotten ja, das ist Level 1, da viel lebt ja noch cool hat erstmal Level 8 erreicht yeah Menge Fähigkeiten drauf bekommen, alles klar ja, scheinbar schon na nun ich bin da gerade etwas im Single passt, wenn ich wirklich so, der ist weg du auch na nun haben wir noch andere Sachen für ihm hier gekauft hätte die vielleicht schon mal ausrüsten sollen ey, Level Up, cool ach, geht's noch weiter oh ja, natürlich geht's noch so geht's noch Thor f Inside hol w u f e u w